Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt Europa am Boden. Besonders deutlich wird das auch im katastrophalen Hungerwinter 1946-1947. Nun schicken die Amerikaner im Zuge des Marshall-Plans in den Jahren 1948-52 Hilfe im groß angelegten Stil. Alles zum Marshall-Plan jetzt in 4 Minuten erklärt. Jeden Dienstag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal Geschichte erzählt. Der Winter 1946-1947 geht als sogenannter Hungerwinter in die Geschichte ein. Es fehlt an Lebensmittel, es fehlt an Heizmaterial. Allein in Deutschland sterben mehrere hunderttausend Menschen. Und so wird klar, dass Europa Unterstützung benötigt. Da entwickelt der amerikanische Außenminister George C. Marshall eine Idee. Es entsteht das, was wir heute den Marshall-Plan nennen. Die Amerikaner schicken Waren und Rohstoffe im großen Stil nach Europa. Teilnehmen dürfen an diesem Programm zunächst einmal fast alle europäischen Länder. Sogar die Sowjetunion. Aber die Sowjetunion lehnt ab, zwingt auch die Osteuropäer dazu nicht teilzunehmen. Man hatte zu viel Angst unter amerikanischen Einfluss zu geraten. So nehmen vor allem Westeuropäer teil. Insgesamt kommt Hilfe im Wert von vielleicht etwa 14 Milliarden Dollar nach Europa. Man muss allerdings bedenken, dass ein Dollar damals viel mehr wert war als heute. Maschinen, Treibstoff, vor allem aber auch Nahrungsmittel und Medikamente. Westdeutschland profitiert mit etwa 1,5 Milliarden, nicht so stark wie Frankreich oder auch Großbritannien, aber immerhin. Die amerikanischen Waren können dann auf dem heimischen Markt in Inlandswährung, also beispielsweise in D-Mark verkauft werden. Das eingenommene Geld wird überall in Europa auf spezielle Konten überwiesen, die dann erneut für Investitionen genutzt werden können. Letztlich zahlen die Amerikaner für ein europäisches Hilfsprogramm große Summen an Geld. Die Bundesrepublik muss später Teile davon wieder zurückzahlen. Warum machen die Amerikaner das? Warum schicken sie den Europäern, vor allem auch den Deutschen, die eben noch Kriegsgegner waren, so viele Rohstoffe, so viele Waren? Ja, zunächst einmal wollen sie beim Wiederaufbau helfen, die Not lindern. Dafür sorgen, dass zumindest jeder einmal überleben kann. Und dann soll der Kommunismus eingedämmt werden. Die Sowjetunion ist zur damaligen Zeit dabei, auch in Westeuropa einen Einfluss zu gewinnen, mit ihrem planwirtschaftlichen Modell, das der Marktwirtschaft der Amerikaner entgegensteht. Auch ist es den USA ein Anliegen, dass Westeuropa demokratisch wird und auch bleibt. Mit dem Geld, was investiert wird, kann man dann auch Einfluss nehmen. Auch von den Europäern fordern, wirtschaftlich stärker zusammenzuarbeiten. Letztlich produziert die amerikanische Wirtschaft zur damaligen Zeit auch sehr, sehr viele Produkte. Man sucht neue Absatzmärkte. Da wäre es natürlich sehr hilfreich, wenn Europa wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen würde. Letztlich, in einem Satz gesagt, möchten die Amerikaner die ärgste Not lindern, den sowjetischen Einfluss zurückdrehen und neue Absatzmärkte für ihre Produkte erschließen. Wenn man aus Sicht der Bundesrepublik auf den Marschallplan blickt, war das sicherlich eine Erfolgsgeschichte. Die Amerikaner wurden immer weniger als Gegner, immer mehr als Helfer wahrgenommen. Auch kommt es bald zum sogenannten Wirtschaftswunder. Das allerdings hat auch andere Gründe, die Währungsreform, eine sehr fleißige deutsche Bevölkerung beispielsweise. Wie viel die 1,5 Milliarden Dollar letztlich wirklich bewegen konnten, lässt sich heute nicht mehr seriös klären. Besonders stark profitiert im Verhältnis zur Größe vom Marschallplan übrigens auch Österreich. Bis nächsten Dienstag.